Gehsicherung ist hier eine Abkürzung für Geräteschutzsicherung, aber ich erkläre den Begriff hier einfach nochmal. Geräteschutzsicherung ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Installationstechnik. Die Geräteschutzsicherung gehört zu den Schmelzsicherungen und der Aufbau sieht wie folgt aus. Wir haben einmal ein Glas- oder Keramikkörper, an beiden Enden sind Metallkappen angebracht. Zwischen diesen Metallkappen, also in dem Glasröhrchen, befindet sich ein Schmelzdraht. Dieser Schmelzdraht ist entweder freiliegend in dem Glasröhrchen oder es ist noch zusätzlich Quarzsand in dem Röhrchen. Die Funktion sieht wie folgt aus. Man baut diese Geräteschutzsicherung in eine Leitung ein. Fließt nun zu viel Strom durch die Leitung, zum Beispiel durch einen Kurzschluss verursacht, erhitzt sich der Schmelzdraht immer mehr, bis er dann durchschmilzt und kein Strom mehr fließen kann. Der Grund dafür ist, dass der Schmelzdraht dünner ist als die normale Leitung und somit schneller durchschmilzt. Ist jetzt noch Quarzsand im Röhrchen, füllt dieser sofort die entstandene Lücke auf, sodass sicher kein Strom mehr fließen kann. Es gibt natürlich verschiedene Geräteschutzsicherungen mit verschiedenen Kenndaten. Diese sind immer auf den Metallkappen vermerkt. Allerdings kommt selten ein Aufdruck dieser Werte zu Gebrauch. Normalerweise werden folgende Abkürzungen benutzt. FF für Superflink, F für Flink bedeutet es wird in weniger als 20 Millisekunden ausgelöst, M für Mittelträge bedeutet es wird zwischen 50 Millisekunden und 90 Millisekunden ausgelöst, T für Träge bedeutet es wird zwischen 100 Millisekunden und 300 Millisekunden ausgelöst, TT für Superträge. Eine weitere Ziffer nennt das Ausschaltevermögen bei 250 Volt Wechselspannung. Steht hier ein L, bedeutet das es wird bei mindestens 35 Ampere ausgelöst. Ein E sagt aus, dass bei mindestens 100 Ampere ausgelöst wird. H sagt aus, dass bei mindestens 1500 Ampere ausgelöst wird. Das Schaltzeichen für eine Geräteschutzsicherung sieht wie hier gezeigt aus. Und in der hier gezeigten Schaltung sieht man wie es aussieht, wenn eine Geräteschutzsicherung in einer Schaltung eingebaut ist. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios, bis zum nächsten Video, adios.